Moin, mein Name ist Sven Koslowski, Niederlassungsleiter der Bockholt KG aus Norderstedt. Seit über 55 Jahren bestehendes, hanseatiges Familienunternehmen. Wir tun alle sämtlichen Dienstleistungen rund ums Gebäude, rund um die Reinigung, vom Supermarkt übers Bürogebäude bis hin zur Krankenhaus, Hygiene und Industriekletterer, Glasreinigung, Grundreinigung, alles dieses ist in unserem Portfolio. Weil wir unsere Erfahrung haben seit über 55 Jahren, immer noch im Familienbesitz, wir ein eigenes Schulungszentrum haben für unsere Mitarbeiter, wo die immer wieder fachlich geschult werden, um vor Ort fachliche Kenntnisse zu erlangen, um einfach präsent beim Kunden zu sein, um fachliche Aussagen machen zu können und das Wichtigste ist absolute Tariftreue. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017